Willkommen zurück zu Advanced Missions Element 120 Und war ja klar, der Generator läuft und wir bekommen Besuch Ah, der Kudel war auch hier Okay, war das alle? Nein. Ach, das ist halt die Granate, wo sie ist. Ah, schon wieder so einer. Okay, wir geben ein bisschen die Munition aus. Ah, verdammt. Er hat mich da erwischt. Er ist weg. Ah, man hätte es sich sehr viel leichter machen können. Ach, verdammt. Er hätte auch vorher drauf kommen können. Nein. Okay. Ach, was mache ich denn? Haben wir jetzt endlich alle? Mann, Mann, Mann. Da hinten kommt noch einer. Da unten muss ich wohl hin. Können wir uns mal kurz um den. Ich würde ein paar Punkte brauchen. So. Ich solche Wellen hasse. Oh, die Tür geht trotzdem nicht auf. Hm. Gut, dann müssen wir unten rumgehen. Da ist auch nichts. Was haben wir denn hier noch zu finden? Ach, da sind ja auch noch welche. Wir haben euch ja gar nicht gerechnet. Ruckelt. Warum ruckelt das jetzt gerade? Okay. Aber ich... Ich glaube, wir sind soweit fertig. Wir könnten da hochgehen. Ach, wir könnten aber noch schon erkunden, was sie finden müssen. Und zwar... Ah, zwei Schuss. Nicht viel. Moment. Ah. Ein bisschen mal zu. Okay. Medipack. War nicht. Es klingt ja so, als wenn wir da durch können, aber kommen wir leider nicht. Okay, dann müssen wir da hoch. Bleibt uns gar nichts anderes übrig, als so gut zu gehen. Ah, da ist er noch was. Oh. Nope. Naja, das ist auch eine Fortbewegungsmethode. So. Was haben wir denn hier noch? Ach, da kommen wir wieder nicht raus. Dann müssen wir mal schauen, was wir hier noch finden. Bewegt sich nichts. Man war verdächtig, wenn sich gar nichts mehr tut. Aber wir können... Achso, Moment. Äh, das kennen wir ja schon. Jetzt geht's. Äh, zu doof zum Hochspringen? Hm. So doof, da richtig hochzuspringen. Ich komm dann irgendwie in die Kante. Äh, das ist irgendwie nicht richtig. Aber wie soll ich das sonst machen? Kann ich noch irgendwie... Kann ich nicht aufnehmen? Jetzt geht's. Aha, neue Waffe. Wo auch immer ich die gleich brauchen werde. Äh, was? Wir haben hier vor Ort aus dem Bunker hier für die Nacht. Okay, also wir sehen auf jeden Fall, die sind von der Horde angegriffen worden. Wie kommen wir, haben sie gehört? Ah ja, sie haben auf jeden Fall Angriff gestartet. Gucken wir, dass wir hier noch was finden. Das sind Steine, die Munition für die Pistole, gar nicht, nichts mehr, toll, ein Zwerg, was ist. Moment, kann man die kaputt machen? Man kann. Das ist eine echte Allzweckwaffe, das Ding. Okay, dann lass uns mal kurz da hinten noch schauen. Aber das ist abgesichert, hier kommen wir nicht raus. Ist auch nix. Ah, Munition. Haben wir wahrscheinlich alles. Was sagt man schon? Raketenwerfer, wofür brauche ich einen Raketenwerfer? Da ist eine Armbrust. Okay. Hm. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Und hier aufmachen, was zu erwarten. Oh. Neues Gebiet. Ja, weiter. Was haben wir denn hier? Ehe, eine große Halle. Okay, ich könnte jetzt so tun, als wäre ich es noch nicht gespielt hätte. Habe ich aber schon. Weil ich ein bisschen Probleme hatte. Irgendwiefern genau, das, ähm, werde ich hier gleich sehen. Nein, nein, eigentlich habe ich nur schlecht geschossen. Wir sehen, weil ich mittlerweile, da komme ich raus. So. Ich weiß auch, dass da welche stehen. Und ich weiß noch was. Ähm, dass ich nämlich gerade falsch drauf habe. Was schon mal auf. Das Ding da. Und die Strider geht jetzt nämlich. So. So. Laufen schon mal hoch. Wunder denn jetzt. Hey du, ich bin mit dir. Jetzt genau. Komm, 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 komm. Oh, ich habe mich getroffen. Ach nee. Ah, ich hätte einfach warten müssen. Bei dem funktioniert es jetzt auf jeden Fall. Na gut. Wer erwitzt das alles? Na komm, noch mehr. Oh! 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 So, ob ich alle erwische. Na, komm her. Oh! Okay, nochmal ein Schuss. Ja, ich spiele gar nicht. Denen halten zu viel aus. Ich stelle mich lieber da vorne hin. Oh, noch nicht. Ach, Mann. Hier ist leider keine Munition. Ja, hinten ist aber auch noch so, Alter. Denen hat man hier noch Munition. So, hier, hier finden wir Munition. Sehr schön. Ich hatte nämlich das Problem das letzte Mal auch. Das war das zweite Problem. Aber ich hatte keine Munition mehr. Und der Kampf hat sich sehr die Munition. Oh. Oh, das war's. Ja, endlich einer, ein weiterer Wäsche zu sein. Ach, da sind auch noch Wäsche drin. Das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Aha, okay. Da geht's ja sogar. Der hat mir ja doch dadurch mehr in Konditionen, als ich dachte. Gar nicht. Ah, der lebt ja immer noch. Da ist auch noch was. Geht doch. Ich. Immer noch nicht. Oh, oh. Checkfest. Ah. Wo ist er denn? So, okay. Revolation? Weh, das war's schon? Okay. Also ich wusste ja, dass das Spiel kurz ist. Aber so kurz habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, also wie man jetzt gesehen hat, ich musste erstmal Munition finden am Ende. Ich finde es ja ganz lustig, weil zwischendrin ist ein Hack. Aber, naja, ein bisschen länger jetzt schon sein können. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bis dahin. Tschau.